Draco Malfoy war unglaublich frustrierend, lächerlich anmaßend und unerwartet süß. Ein Begriff, von dem sie nie erwartet hätte, dass sie je von ihm in diesem Bezug denken könnte. Sein ganzes unerklärliches Verhalten machte auf einmal einen Sinn. Man möchte denken, dass ein Slüserin, der über Jahre hinweg in ein Mädchen verliebt war, sich auf die erste Gelegenheit stürzen würde, Sex mit ihr zu haben. Insbesondere, wenn man dadurch einem magischen Schutzzauber entkommen könnte, in dem man sich versehentlich selbst eingesperrt hatte. Das wäre eine durchaus berechtigte Annahme gewesen. Aber nein, natürlich musste Malfoy sich dafür entscheiden, edelmütig zu sein und was nicht sonst alles noch, aus Rücksichtnahme auf ihre vermeintliche Jungfräulichkeit. Sie wirkte nicht wirklich jungfräulich. Oder doch? Nur, weil sie gern praktische, bequeme Kleidung trug und normalerweise versuchte, sich an Regeln zu halten, hieß das doch nicht, dass sie deshalb regelmäßig ihre Unterhosen stärkte. Sie seufzte und lehnte sich gegen das Regal, als sie wahrscheinlich zum zehnten Mal über ihn nachgrübelte. Gute Güte, hatte er wirklich die ganze Zeit bis jetzt ausgehalten, weil er sie nicht unter Druck setzen wollte? Und das alles nur, weil er dachte, sie wäre eine Jungfrau? Sie war sich nicht sicher, ob sie sich deshalb geschmeichelt oder beleidigt fühlen sollte. Was genau stellte Draco Malfoy eigentlich für sie dar? Dieser boshafte, reizbare und scharfzüngige Idiot, der tief in seiner Brust das Herz eines Teddybären verbarg. Sie vermutete, dass ein weiterer, relevanter Aspekt ihrer aktuellen Situation sein fotografisches Gedächtnis war. Es hieß, dass für ihn, Sex mit ihr zu haben, zu einer lebendigen, nicht vergehenden Erinnerung werden würde, die er für den Rest seines Lebens mit sich herumschleppte. Sie war sich wirklich nicht sicher, ob er das nun als etwas Gutes oder wirklich Grauenhaftes empfinden würde. Vielleicht käme es darauf an, wie es lief. Dieser Umstand würde sicherlich jeden ein wenig nervös machen. Es machte die ganze Sache für sie begreiflich, warum er keinen Sex mit ihr haben wollte, während er sauer war. Es wäre sicherlich eine eher deprimierende Erinnerung, die sich dann für immer in seinem Gehirn festbrennen würde. Während Hermione über all das nachdachte, spürte sie eine seltsame, ziepende Empfindung, die ihre Brust zusammenschnürte. Vielleicht hatte sie sich mit irgendeiner ihr bisher unbekannten Form von Dimensionsschutzzauberkrankheit infiziert. Oder konnten es Nebenwirkungen sein, die einhergingen damit, dass sie seit einem Monat nicht gealtert war? Sie dachte noch ein bisschen mehr über Sex nach. Sie sollte vielleicht versuchen, rücksichtsvoller gegenüber Malfoy auf dieses Thema einzugehen. Für ihn war das Ganze offensichtlich viel emotionaler als für sie selbst. Natürlich könnte sie das ganze Thema logisch und pragmatisch angehen, aber aus Rücksicht auf ihn sollte sie vielleicht doch etwas sensibler sein. Sie wanderte durch die Historienabteilung und versuchte zu entscheiden, wo, aus rein logischer Perspektive, der beste Platz wäre, um Sex zu haben. Am Ende hielt sie an einem Lesepult an. Es war entweder das hier oder einfach irgendwo auf dem Boden. Wenn es hier wäre, hätten sie zumindest die Wahl. Es war wirklich extrem seltsam, wartend am Rand eines Tisches zu sitzen und beiläufig darüber nachzudenken, mit jemandem Sex zu haben. Insbesondere, wenn derjenige Draco Malfoy war. Bevor Zirze sie vermählt hatte, war ihr der Gedanke von Sex mit Draco Malfoy niemals in den Sinn gekommen. Seitdem hatte sie darüber eine ganze Menge nachgedacht. Sie selbst könnte ganz klinisch an die Sache herangehen. Rein, raus, aus die Maus. Sie könnten den Schutztauber verlassen, war nett mit dir zusammengearbeitet zu haben, Malfoy. Und tschüss. Aber die Wahrheit war, dass sie schon bei dem Gedanken daran vor Erregung ganz zappelig wurde. Sie wollte Sex mit Malfoy haben. Und zwar ganz unabhängig von dem Schutztauber. Diese Erkenntnis überraschte Hermione ziemlich. Denn sie war normalerweise nicht die Art von Frau, die zwanglos mit Sex umging. Für Beziehungen brauchte sie normalerweise eine längere Zeit des Aufwärmens, bevor sie den Absprung ins Bett wagte. Es war nicht einfach ein Jucken zwischen den Beinen, bei dem ihr irgendein John oder Dick helfen konnte. Tatsächlich nahm sie dieses Jucken im Allgemeinen überhaupt nicht einmal wahr. Aber irgendwie hatte die ganze Zeit, die sie mit Malfoy verbracht hatte, ihnen jemanden verwandelt, bei dem sie sich wohlzufühlen begann, wenn er sie sexuell anzog. Das war ein Gedanke, der sie eigentlich entsetzen sollte, aber es nicht tat. Draco konnte netter sein. Und besser im Schmusen, als sie es sich je hätte vorstellen können. Ein weiterer Punkt, der nicht unerwähnt bleiben sollte, war, dass sie schon immer Sex in einer Bibliothek hatte haben wollen. Und jetzt würde sie ihn bekommen. Und das mit einem durchaus vertretbaren Grund. Es war ein Traum, der in Erfüllung ging. Dieses kleine Detail leistete definitiv seinen Beitrag zu ihrem Enthusiasmus. Sie wollte keinen klinisch sterilen Sex oder, dass das Ganze als unglücklicher Arbeitsunfall klassifiziert werden würde, den man am besten vergaß. Sie wollte, dass der Sex heiß, atemberaubend und wild war. Eine Erinnerung, die man für immer in seinem Gedächtnis aufbewahren würde. Und genau das wollte sie Malfoy anbieten, in Anbetracht, dass sie wusste, dass er es niemals vergessen würde. Nicht einmal, wenn er es wollte, sie hielt inne. Vielleicht war das alles ein riesiger Fehler. Vielleicht wollte er das alles gar nicht. Eigentlich wollte sie nicht, dass er es auf Rücksichtnahme auf sie tat. Die Erkenntnis, dass er eine besondere Art des Erinnerungsvermögens hatte, war anfangs mit einer überwältigenden Eifersucht einhergegangen. Aber je mehr sie ihn kennenlernte, desto mehr realisierte sie, was für eine Belastung es für ihn war. Sein Gehirn war randvoll mit Erinnerungen, die er nicht haben wollte. Seit sie ihn beleidigt hatte, während sie die Schutzzauber erneuerten, war er beinahe in sich gekehrt erschienen. Betrachtete man die Dinge mit Abstand, erkannte sie, dass sie, seit sie hier eingesperrt waren, sie immer der aggressivere Teil ihrer Verbindung war. Sie hatte alle Gespräche begonnen. Auch das über den Kuss. Und sie hatte die Entscheidung gefällt, Sex zu haben. Sie bedrängte ihn, wegen irgendwas. Irgendwas. Und er gab nach. Aber er war nicht wirklich auf ihre Anforderung eingegangen. Stattdessen tendierte er dazu, alleine in den Gängen zu verschwinden, um irgendwo im Stillen zu verharren, bis sie begann, ihn aufzusuchen. Möglicherweise wollte er einfach keine weiteren Erinnerungen mit ihr. Vielleicht wünschte er sich sogar, dass er alle die bisherigen mit ihr ausradieren könnte. Noch weitere zu machen schien. Der Gedanke kreiste in ihrem Kopf. Sie schob sich vom Tisch herunter, auf dem sie gesessen hatte, um ihn zu suchen. Er war an ein Bücherregal gelehnt und starrte nachdenklich in den Raum. Über was auch immer er nachdachte, er schien mit seinen Gedanken in weiter Ferne zu sein, da er nicht einmal bemerkte, wie sie sich ihm näherte, bevor sie direkt vor ihm stand. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig, als er sich verschloss und sie kalt anstarrte. Kannst du es nicht mehr abwarten? Gibt es irgendwas, das du dringend erledigen musst? fragte er ausdruckslos. Hermione schreckte zurück. Damit traf er sie wirklich. Ein schmerzhaftes Gefühl breitete sich in ihrer Brust aus. Sie biss noch einen Moment unschlüssig auf ihrer Lippe herum, während sie ihn anstarrte, im Versuch, die Worte zu finden, die ausdrücken konnten, was sie ihm sagen wollte. Nein, kam es endlich von ihr. Ich habe dich nur aufgesucht, um dir zu sagen, dass wir es nicht tun müssen. Sie fröstelte, als sie das über ihre Lippen brachte. Deshalb rieb sie sich verlegen ihre Oberarme, als sie fortfuhr. Es ist so offensichtlich, dass du dich bei dem Ganzen unwohl fühlst. Und ich möchte nicht, dass es so für dich ist. Wir können einfach abwarten. Das ist schon okay. Am Ende stimmt es, was du angemerkt hast. Ich lebe in einer Bibliothek. Es gibt eh niemanden da draußen, der auf mich wartet. Ihre Stimme klang verbittert, als sie die letzten Worte hervorbrachte. Sie errötete. Eigentlich hatte sie nicht über sich selbst sprechen wollen. Er sah sie scharf an. Tut mir leid, kam er schnell von ihr. Ich wollte mich nicht beschweren. Eigentlich wollte ich nur mit dir darüber sprechen, damit du dir darüber nicht zu viele Gedanken machst. Das alles ist für dich ganz offensichtlich viel komplizierter, als es das für mich ist. Das verstehe ich. Du musst dich um meine Twillen wirklich zu nichts zwingen. Sie biss ihre Zähne zusammen. Und das ist der Grund, warum ich von jetzt an dich besser in Ruhe lasse. Ich habe bisher einfach nicht verstanden, was Erinnerungen für dich tatsächlich sind. Und ich verstehe, dass du einfach nicht noch mehr mit mir haben willst. Es tut mir leid. Sie drehte sich um, um zu gehen. Vielleicht sollte sie sich einmal an dem mathematischen Problem versuchen, das er ihr beschrieben hatte. Das würde sie für einige Zeit beschäftigen. Danach könnte sie vielleicht einmal probieren, das Rezept des Aufpäppeltranks in alte Runen zu übersetzen. Oder sie könnte einen Geist belästigen. Vielleicht würde einer sie in seiner Biografie lesen lassen, oder zumindest mit ihr reden, wenn sie ihnen erzählte, dass es ihr Nachkomme war, der keinen Sex mit ihr haben wollte. Und nicht umgekehrt. Granger, stöhnte Malfoy, du bist echt die frustrierendste Person, die ich jemals getroffen habe. Und damit meine ich beides, intellektuell und sexuell. Sie hielt inne. Lustig, meinte sie mit sprüder Stimme. Bei dir geht es mir genauso. Er kam auf sie zu. Sie konnte spüren, wie er sich ihr näherte, aber sie wollte sich ihm nicht entgegendrehen. Es war frustrierend, ihn anzusehen. Sowohl intellektuell, als auch sexuell. Ihre Wirbelsäule schien allerdings anderer Auffassung zu sein, und ein Prickeln lief an ihr hinab, als er ihr immer näher kam. Denkst du wirklich, dass ich keinen Sex mit dir haben möchte? fragte er mit einer tiefen Stimme über ihre Schulter hinweg. Sie konnte sich gerade noch davon abhalten, zu erzittern. Du hast, seit wir hier sind, noch nicht ein einziges Gespräch mit mir angefangen. Immer bin ich diejenige, die dich bedrängt, meinte sie steif. Nun ja, warst du nicht diejenige, die mir gesagt hat, dass meine Gespräche aus faden Informationen und nicht enden wollendem Geschwätz besteht? Ja, aber zu diesem Zeitpunkt warst du wirklich fürchterlich gemeint zu mir. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war ich derjenige, der dich vorhin geküsst hat, und nicht umgekehrt. Sein Mund war nun ihrem Ohr so nahe, dass ein Schauer durch ihre Eingeweide fuhr. Das hast du erst getan, nachdem ich dich praktisch dazu gedrängt habe, sagte sie und musste darum kämpfen, dass sie nicht nach Luft schnappte. Und da dachte ich, dass mein Interesse an solchen Dingen danach endgültig geklärt wäre. Naja, also, nein, war es nicht, kam es von ihr, während sie versuchte, die Flut der Erleichterung zu ignorieren, die sie durchstürmte. Nur weil du dich in mich verliebt hast, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass du wirklich was mit mir zu tun haben willst. Insbesondere, wenn man in die Überlegung mit einbezieht, wie häufig du ins Detail gegangen bist, dass du mich schrecklich findest. Gut, ich gestehe, ich bin ein viel besserer Lügner als du. Er war beinahe still, als er sie berührte. Bei jedem einzelnen Wort fuhr ihr ein Kribbeln das Rückgrat hinab. Dann sollte es dich nicht wundern, dass ich nicht sagen kann, wann du wirklich die Wahrheit sagst. Bis vor ein paar Stunden stand ich unter einem Wahrheitszauber. Alles, was ich gesagt habe, seit wir hier gefangen sind, entsprach der Wahrheit. Daran hatte Hermione tatsächlich nicht gedacht. Sie hatte es gar nicht realisiert, bevor er Zirze angeschrien hatte. Und danach war sie von ihrer eigenen Verlegenheit abgelenkt gewesen, über die Tatsache, dass nie ein Lustzauber auf ihr gelegen hatte. Jedes Mal, wenn er vor sich hinbrummelnd weggegangen war, machte plötzlich Sinn. Und wie er es nicht fertig gebracht hatte, sie wirklich zu beleidigen, wenn er sich wieder einmal mit dem ganzen Gelaber blamierte. Es ist nicht so, als ob eine Ewigkeit mit dir kein wahrer Segen wäre. Dieser raffinierte Alunke. Um es dem Protokoll hinzuzufügen. Seine Stimme klang nun sehr tief und er war ihrem Ohr sehr nahe. Egal wie jung, fräulich und brüde ich dich finde. Hermione sträubte sich innerlich, auch wenn sie sich gleichzeitig davon abhalten musste, zu erzittern, als sein Atem über ihre Haut geisterte. »Du bist für mich enorm anziehend. Ich würde sterben, um dir das Hirn herauszufügeln, wenn du mich nur lassen würdest.« Murmelte er und seine Hand strich über ihren Nacken zu ihrem Hals. Hermione konnte nicht anders, als zitternd zu stöhnen, als er ihr Haar zur Seite strich und anfing, Küsse über ihren Nacken zu verteilen. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, als seine Hand sich um ihre Taille legte und sie eng an sich zog. »Ist das ein Jahr, Granger?« »Ja!« japste sie, drehte sich herum und stürzte mit ihren Lippen auf die Seinen. »Vergiss das Lesepult! Der Boden war gut genug oder vielleicht doch lieber gegen einen Bücherregal?« »Das war ein erregender Gedanke! Bei Merlin! Sie hatte noch nie jemanden so sehr vögeln wollen!« Schnell zog sie ihm die Roben über die Schulter und fing an, sein Hemd aufzuknöpfen. Vielleicht war es schamlos von ihr, aber wenn er sie erneut jungfräulich oder prüde nennen würde, würde sie ihn dafür beißen. Sie war erpicht darauf, diese Illusion aus seinem Gehirn zu verbannen. Sie wollte keinen süßen, sanften Mauerblümchen-Sex. Sie wollte heißen, leidenschaftlichen, »Lebe einmal im Leben deine Fantasie von Sex in einer Bibliothek aus!« »Sex!« Sie seufzte erleichtert auf, als sie endlich sein Hemd komplett aufgeknöpft hatte und ließ es zu seinen Roben auf den Boden gleiten. »Tatsächlich!« »Suche Körperbau!« Sie drückte ihn gegen das Regal und nagelte ihn dort fest, indem sie ihre Hände seine Schultern entlang gleiten ließ und mit den Zähnen so scharf über seine linke Brustwarze kratzte, dass er scharf die Luft einzog. »Merling Granger!« schnappte er mit erstickter Stimme, als sie ihn mit den Fingern in die andere Brust kniff, während sie sich an ihn presste und sein Schlüsselbein mit Küssen überzog. »Du bist wirklich entschlossen, mich von meiner Fehleinschätzung in Bezug auf deine Unschuld zu überzeugen!« »Wirklich!« »Nur Draco Malfoy konnte es schaffen, einen Satz mit ganzen fünf Satzteilen hervorzubringen, während sich eine Hexe an seinem Torso hinabbleckte.« Sie starrte ihn von unten herauf böse an. »Um Merlins Willen! Halt den Mund, du Depp!«